Ja gut, hier ist der Abstand ein bisschen doof, aber sollte eigentlich noch alles passen. Also eigentlich müsste ich den und den Baumsturm wegmachen. Ich denke mir, das reicht auch so. Ich denke mir, das ist der Abstand. Da packen wir auch noch zwei hin. Wobei wir jetzt dann mal mit Zuschütten anfangen können. So. Nein, das ist zu nah. So, du kannst wieder abholzen gehen etwas. Da ist wieder ein Baumsturm runtergeflogen. Ich habe es noch aus dem Augenwinkel gesehen. Da machen wir wieder zwei Abflüge. Noch einer. Dann fände ich mal ein bisschen manuell. L. 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 Was war eins zu viel? 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 gott? Was war eins zu viel? 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 Und ja, da müssen wir... Und ja, da müssen wir... Was war eins zu viel? Nein, 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 nein... Was war eins zu viel? Wag... Was war eins zu viel? Was war marketaisرجités? So, hier ein paar Bäume noch fällen. Na ja, klar, dass ein Stamm rauskugelt. Noch mehr Holz, das Abflug macht. Nein, was zur Hölle, blöder Leck. Na ja, klar, was zur Hölle, blöder Leck, blöder Leck, blöder Leck, blöder Leck. Ah ja, das ist genau der Mindestabstand hier. Und ja, jetzt wird der Leck irgendwie immer größer gerade. Oh, das wird wehtun. Und dann macht der letzte Baumstamm Abflug. Ich hab die Stümpfe in die Luft gejagt. Etwas ärgerlich, können wir nicht ändern. So, ich würde aber sagen, wir speichern hier jetzt mal wieder. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich. Dann greife ich dich. Bis zum nächsten Mal.